In Speak No Evil schlägt die Stimmung häufig um. Diese Szene ist ein gutes Beispiel. Agnes, wir kauen nicht mit offenem Mund. Sie essen draußen an der frischen Luft und zunächst scheint alles gut. Agnes, bitte sag meiner Tochter nicht, was sie zu tun hat. Sie muss es gesagt bekommen. Du bist nicht ihre Mutter. Ich bin ihre Mutter. Der Film erkundet den Horror sozialer Interaktion. Die heutige Welt und ihre Regeln sind so kompliziert. Aber es ist Sache ihrer Eltern, ihr das zu sagen. Ist das eine Regel? Ja. Ich glaube, das weckt heute bei vielen Menschen Ängste. Andere Leute Kinder kritisiert man nicht. Entschuldige dich. Schon okay. Das tut mir leid, Luis. Und bei Agnes? Und dann nimmt die Stimmung eine düstere Wende. Dann fülle ich nochmal nach. Agnes, wollt ihr uns nicht den Tanz vorführen, den ihr eingeübt habt? Paddy hat einiges getrunken. Unsere Figuren stoßen an die Grenzen des Akzeptablen und überschreiten sie sogar. Und? Was stimmt nicht mit dir? Wie schwer kann es sein? Fühl den Rhythmus in den Beinen. Eins, zwei, drei. Luis versucht permanent, ihre Instinkte zu unterdrücken. Sie weiß, da stimmt was nicht. Sie versucht höflich zu sein, bis es nicht mehr geht. Nein! Teddy! Was stimmt nicht mit dir? Ah, jetzt bist du es, die unser Kinder zieht. Ich will, dass wir alles ins Auto packen und auf der Stelle fahren. Ein bisschen zu spät. Die werden uns töten. Und der soziale Horror wird schrecklich real. Und der こanier ist das. Das war's nicht mehr. Vielen Dank.